Musik Boah, Bilbo, wo ist er? Äh, weiß ich überhaupt nicht. Jenny? Hallo, Bilbo. Hi. Im Himmel? High five, Bilbo. Du bist im Himmel. Guck mal. Was, Jenny? Und Sassi rennt im großen Baum rum, weißt du? Ah, das ist schön. Du kotzt ein Glas, du sollst auch kein Glas essen. Weiß nicht. Schmeckt aber cool. Das sieht ja nice aus. Den Rest hast du hier an. Was hast du hier? Das glaubst du mir selber nicht. Du bist doch Zahnexpertin, oder nicht? Ach so, ja, genau. Aber ich hol dir noch mehr Glas. Was? Machen wir noch Glas? Ja. Passt, Bibi. Dana. Los, los. Los, los. Der Rocky ist nur leider nicht mehr in meiner Nähe. Tut mir leid, Sassi. Nee, ich hab jetzt keinen Punkt mehr. Aber ich weiß nur, Rocky ist. Dass du dich mal ein bisschen besser umgeguckt hättest. Ich seh nämlich von dir aus. Ach. Wie sie direkt wieder ankommt. Ja, Gotti, die Sassi wieder. Rocky. Fast richtig. Ich hab einen Lockdown. Nice. Dann kann ich ja jetzt endlich meine Lichtreklame weiterbauen, die ich sowieso die ganze Zeit am bauen bin, während Sassi hier rumläuft wie so ein beklopptes Rindvieh. Oh. Oh. Es sind aber noch 32. Egal. Wo bist du? Auf der anderen Seite der Leuchtreklame. Hallo. Hi. Da, wo Sassi mich nicht findet. Aber da, da, da. Okay, wie hoch sind denn die äußeren Dinger des Ws da? Sind die vier oder fünf hoch? Fünf, oder? Ja. Vier? Drei, vier. Mhm. Okay. So, und auf welcher Höhe war das C dann? Das war doch irgendwo... Vier dann. Hallo, Sassi. Ich gucke. Ähm, dass C... Warte. Oh, ich... Sassi, lass die Profis arbeiten, bitte. Du und Profi. War das doch fünf hoch? Ich glaub, das ist doch fünf hoch. Oder ist das du? Das ist so schwer zu sehen. Fuck Fien. Komm mal her. Ja. Nicht runterschiffen. Was ist, wenn dich... Guck mal. Bei den W, ne? Sind die fünf oder sind die vier hoch? Fünf. 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 Rocky fünf. Boah. Oder sechs. Ne, fünf. Und bei dem ähm, letzten untersten, da fängt das C an. Also das ist falsch so, oder was? Fünf. Fünf. Ah. Seh ich nicht. Noch eins tiefer, das C, oder was? Ein tiefer, genau. Das heißt, theoretisch muss da der Glowstone hin. Yes. Nope. Nicht töten. Töten. Sonst heult wieder jemand. Und wie hoch war's? Drei oder vier? Das war vier. Also noch eins unten drunter, ne? No. Dann fehlen noch zwei Glowstone. Nee, da fehlen noch eins, äh, vier. Jetzt hör auf. Warum vier? Ich hab' ne Karotte. Das sähe besser aus, wenn, wenn das, äh, C, wenn die Ecken ein weiter sind. Töten. Ach so. Wo bist du hin? Äh, unten. Wie? Wo? Ähm, ein Glas machen. Danke. Wie Glas machen? Ah, da. Hi. Jetzt mach' ich das. Caro, hast du schon wieder Glas gegessen? Ja? O-Ups. Uu-und-das. Jetzt wird daser. Dankeschön. Böder! Hallo! Warum lacht sie wie ein Chipmunk? Echt? Echt? Und saß sie nur so... Voller Erregung. Oh Gott, oh Gott. Brunftet sie heraus. Brunftet? Die Lache ist echt keine Lache. Ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Saß sie, dass du dich gerade von... Also die Lache. Backfee fertig machen? Ja! Und da willst du gegen mich die Chance haben? Wow! Nein! Jenny! Da ist Jenny gerade runtergeballert. Vor Lachen. Oh, Männer. Sassi, du bist so doof. Ich weiß nicht. Und ich hab immer noch Sassis Karotten. Äh, Quatsch. Kartoffeln. Kartoffeln. Sehr gut, Backli. Sehr, sehr gut. Sehr gut, Backli. Oh, jetzt mach ich euch hin. Sehr gut, Caro. Sehr, sehr gut. Er hat ja gerade in die Hände geklatscht. Das war ich. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Emmergert. Gibst du mir meine Sachen. In die Hände geklatscht. Bei einer. Sassi, die liegen schon zum dritten Mal hier oben. Zum zweiten. Achtzehn. Halt. Die Lache. Sollen wir sie jetzt mal noch ein bisschen mehr ärgern? Nimm mal Vianas Lache. Du kiezelst sie. Kiezel? Springen. Oh Gott. Gleich stirbt das Meerschweinchen. Gleich ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Äh, Sassi, kommst du da durch? Ah, nee. Dauert ein bisschen. Hallo. Oh, Mann. Sassi, mach bitte nicht alles kaputt hier oben, ja? Was ist das denn? Ja, Sassis brunft schon mal. Ja. Hier liegt noch Zeug, Sassi. Ja. Sassi, nimm lieber mal dein Zeug auf, statt hier Leute zu verprügeln. Und mach... Caro, komm schnell. Was denn? Caro, komm mal kurz hier rüber. Nein. Komm mal kurz. Nein. Komm mal kurz. Nein. Unbewaffnete Menschen also schlagen Sassi, ne? Ja. Das ist schon schlecht. Oh, Alter. Jo. Caro, komm mal bitte kurz. Ich muss kurz Zaun machen, warte. Okay. Sind das jetzt meine oder ihre Sachen? Gib mir einen Moment. Einen Moment. Mann, mach den Block jetzt weh. Nö. Oh. 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 Ich will rein, meine Sachen. Ich will rein, meine Sachen. Guck mal, was Sassi gemacht hat. Oh, Sassi. Ich mach's doch mal zu. Das ist alles Sassis Schuld. Oh, Sassi. Oh, Sassi. Ich weiß auch nicht, warum sie wieder so eine Bullkacke produziert. Oh, oh. Sassi. Du darfst nie mehr mitmachen. Natürlich. Sassi ist raus. So, jetzt hab ich die Sachen. Jetzt hab ich die Sachen. Sassi ist verbannt. Für alle Projekte und zukünftige Projekte. Oh. Sassi, willst du noch deine Sachen? Oh. August. Was ist denn im August? Gar nix. August ist dann. Bilbo, sind hier noch Löcher? Äh, nee. Aber noch kein Gewänder. Das Schild entspricht nicht mehr der Wahrheit. Geht Sassi dahin oder ist das jetzt ein Insider, was ihr mit August habt? Jetzt? Ja. Das ist so ne Sache. Sassi, gehst du zu Gamescom? Ja. Ah, okay. Das erklärt's. Eki, was machst du denn? Wolltest du das dranbleiben? Nee, weißt du nicht, mir ist das eigentlich wurscht. Ich hab keine Sachen von dir. Ich hab deinen Hut, glaub ich. Oh Gott, mein Helm. Dann hatte ich deinen Helm. Wo bist du? Unten. Aber Backfee hat jetzt deinen Helm. Ja, weil der ist verbrannt. Du kriegst deinen Helm nicht mehr, Sassi. Sack dir. Außer wenn ich sterbe. Bei dir! Ihr Helm ist verbrannt und jetzt kriegt sie meinen. Ja, das ist schon bitter. Dein Helm ist doch auch schon gleich kaputt. Super bitterlich. Eigentlich war das mein Helm, Backfee. Aber ich hab den durch Sassis ausgetauscht, weil Sassis noch mehr Leben hatte. Wow. Was? Das ist irgendwie positiv. Dass du meinen Hut benutzt. Jetzt hast du Sassis Keime auf deinem Kopf. Ja, ist voll eklig. Eigentlich voll negativ, dass ich jetzt ihren Hut benutze. Oh. Hallo, Bilbo. Hi. Ich weiß grad nicht, was ich tun soll. Jenny. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja. Mögen wir uns in der Mitte versammeln oder hast du noch, ne? Also, ich bin beschäftigt. Ich auch. Ich auch. Also, ich grad nicht. Mach mir Zäune. Jetzt, jetzt so hotelmäßig keine Motivation beim Hotel noch anzufangen, so richtig. Ja, wir können. Aber wolltest du nicht die drei Minuten auch noch abwarten? Ja, natürlich wollen wir die noch abwarten, aber bis wir alle in der Mitte sind und bis Sassi wieder mal einen Helm hat, den wir dann an die Wand klatschen können und alles drum und dran, das wird noch ein bisschen dauern. Und vor allen Dingen müssen wir ja auch noch unsere Abschlussrede halten. Und! Und! Bibi braucht noch Schokolade. Ja. Oh. Vielleicht nimmt Jerome der ja welche mit. Ach so schön. Ja, Bibi, wo bist du denn, Bibi? Ich bin grad vom Baum gefeiert. Oh, na. Da ist bald ausgelacht, ey. Hi. Ja, Bilbo, guck mal, was ich hab. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Guck, da liegt Schokolade. Da liegt Schokolade. Ja, 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 komm. Ja, komm. Oh, das war zu viel. Ja, da liegt noch eine Schokolade. 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 Ah, man sieht nicht viel. Weil dunkel oder was? Jupp. Achso, warte mal, wir brauchen ja noch einen Helm für Sersl. Ansonsten wird das ja eine Stiersersl. Ich bekomme einen ganzen Helm. Das ist kein ganzer Helm. Das ist nur ein halber Helm. Achso. Die bei mir habe ich eine Brille, aber egal. Ja, ja, ja. Er wird runter. Oboe, Obein. Obein. Rockmas. Rockmas. Also, ich weiß ja nicht, aber Eki muss man wieder vollkommen überstrapazieren. Eki? Sie hätte vielleicht nicht Backpie, sondern Backhexe heißen sollen, weil sie eher wie eine Hexe läuft. Hätte man machen können, muss man aber nicht. Jenny, wo bist du denn? Ich, 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 verpasst den Ausgang. Ich bin auf dem Weg. Caro, ich auch noch nicht da. Oh, du schaffst den. Da, bitte, bitte. Oh, Eki. Ich habe sie getroffen. Caro, Eki ist doof. Komm. Oh, ich habe sie getroffen. Eki. Bin da. Okay. Seit wann hat denn dieses Ding eine... Weiß ich nicht. Oh, au. Das sieht ganz nach Caro aus. Nö. Oh Gott, mach das weg. Mach das weg. Oh Gott, mach das weg. Haben weggemacht. Okay. Ah. Doch. Caro ist tot. Nein, Backfee, nein. Nein, Backfee. Wie, 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 wie so ganz langsam rüberkommt. Okay. Unter die Pistellung. Aber die ist tot. Backfee, aus. Sag was, Jenny. Sag was zum Abschluss. Guck, Besuch. Wo? Da. Back ist der Besuch. Ich habe sie gerade gekickt. Kickt. Keine Ahnung. Ich habe angemoderiert. Hallo. Okay, dann würde ich mal sagen, für die ganzen Leute, die jetzt mit dabei waren, es war mal wieder eine tolle Aufnahmesession, finde ich. Wir haben unser eigenes Klohäuschen sozusagen gebaut mit unserem Woodcenter, mit dem WC. Jenny und ihre Bautruppe haben da oben, wie man sieht, eine extrem große Landschaft gebaut, quasi, in einem Baum. Eine Landschaft vollen, wie nennt man das, Entdeckungsdrangs. Keine Ahnung. Aussichtsplattform. Genau. Das reicht. Ja, du hast vollkommen recht. Und vielen Dank nochmal an die Sersel und an die Backfee, die mit dabei waren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. 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 Holla. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.